Herzlich Willkommen zur zweiten Folge von Emergency 20 Kampagne. Wir haben ja in der letzten Folge den Brandstifter besiegt und ein Straßenrennen nicht verhindert. Dieses Mal sind die Massenkarambolage, und ich denke mal, wir schaffen noch das Wallinenunglück, genau. Das Wallinenunglück, aber jetzt würde ich sagen, es ist erstmal die Massenkarambolage aus Emergency 2 dran. Wir arbeiten uns hoch. Hier brennt es auf jeden Fall schon mal ganz schön lichterloh. Da holen wir uns mal die Rüstwagen, ja. Dann brauchen wir auf jeden Fall Rettungsdienst. Ganz viele Abschleppos. Wo wird der Ingenieur benötigt, weißt du das? Ach, Verkehr umleiten, ne? Der Scheißkasten ist vor der Abfahrt. Wird erledigt. Also, weiter rund musste. Ja, noch ein Stück, noch ein Stück. Ah, hier. Okay. Halt sie direkt vor der Abfahrt. So, hier staut sich schon alles. Höre, ist in Arbeit. Ja, super fehl. Und werden immer noch zwei Personen pro Rüstwagen. Das wird sich ja auch nicht ändern. Auch wenn man beim Super-Gaul manchmal mehr Leute verstanden hat. Anstatt, das ändert sich nicht. Nee, das bleibt so. In Ordnung. Oh Gott, oh what. Auch wenn bei einem Super-Gaul zum Beispiel oder bei einem Meteoriten einschlackt, mehr Leute manchmal doch ganz nett werden. Was geht's? Okay. Na, super. Na, okay, nach Streifenwagen sind wahrscheinlich dafür. Ähm... So, die schaffen das hier. Und ich denke mal, wir müssen die Leutchen hier dort wegholen. Und... Ich hoffe, die gehen da nicht zu nah ran und verletzen sich da noch. So, die beiden nehmen sich schon mal das. Welche können wir denn hier schon abschleppen? Das können wir abschleppen. Ähm, der eine läuft nicht mit, man weiß. Wird gemacht. Ja, warte Befehle. Und die Befehle ist runter von der Fahrbahn. Das heißt, wohin? Runter von der Fahrbahn. Irgendwohin, wo keine Fahrbahn ist. Kommt die jetzt mit? Ja, wenig doch. Ja, kein Problem. Der Rettungstransportwagen bringt alles Opfer zu rücken. Leute, seid ihr doof. Bin bereit. Es ist eine Polizist hier. Naja, vielleicht hören sie nur auf den einen. Bin bereit. Dann können wir die auch schon mit... Dings ausrüsten. Ah, die machen das hier sogar automatisch. Was für... Was für gute Leute das sind. Die hören wirklich nur auf den einen, ne? Wieso? Hat eben nicht der im Öffentlichen-Multiplayer, wo es keine Mitten-Mitarbeiter gibt. Die Mitten-Multiplayer, wo wir beide mit oder gegeneinander spielen, je nachdem. Habt ihr oberten Verliebt. Ne, gut. Hab ich noch mehr Rettungsdienst? Ja, wir haben noch mehr Rettungsdienst. Bin dabei. Ich war nur so durften, zu alarmieren. Ne, das mittlerweile war der Rettungsdienst. Und das nur 2.2. war oder 1. schon abgefahren. Achso, okay. Ja, gut, das hat er schon automatisch gemacht. Ja, klar. Wird gemacht. Du hast eine Mitdenken der KI. Höre. In Ordnung. Was geht's? Ja, okay. Der denkt echt schneller als ich. Ähm... Ja. In Ordnung. Erweilen uns wiederholen. Erweilen uns wiederholen. Okay. Dann macht die KI das Spiel von alleine. Höre. In Ordnung. Das, wir sollten so ein Spiel der Zukunft, ne? Naja. Nichts machen können. Du musst dir noch zuschauen. Ach, da vorne ist auch noch einer. Alles klar. Ne, 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 ne. Erwarte Befehle. Erwarte Befehle. Ich gehe mal ganz klein hinweil. Vor dem Einrüstwagen ist ein Blutspuren. Oh. Höre. Dann ziehen wir mal zurück. Da hat sich nämlich jemand den noch in den Wald reingeschleppt. Der Transportwagen bringt das Opfer zur Krankenstation in der Basis. Ui, ui, ui. So, der hier ist beschäftigt. Bin bereit. Bin dabei. Bin bereit. Kein Problem. Das sind eigentlich die Leute. Schaulistig, okay. Ähm. Die Schneider einsteigen. Wurde eigentlich die Leute hier umgeleitet? Gehen wir weiter nach unten? Ja. Der Ingenieur steht noch im Weg. Ist wegen. Ach so, okay. Die ist auch der Anzeigefahrt. Verkehr ableiten mit dem Ingenieur, ja. Das ist die Ingenieurin, wenn wir wegfahren, weil sonst bleiben wir jetzt alles stehen. Und die hier? Die müssen warten, bis es weitergeht. Erwarte Befehle. Kein Problem. Es gibt aber echt viel Marmelade auf der Autobahn. Höre. Das war ja ein regelrechter Marmeladenkrieg. Verstanden. Hm. Zwei Leute brauchen wir noch. Und den vierten nach hier oben. Alles klar. Was geht's? Jawohl. Dann nimmt sich mal bitte den hier. Ich mein, das ist nicht schön, aber... Hm. Du wirst du machen. Wird erledigt. Und holt den mit nach vorne. Ein großer sechischer Let's Player würde jetzt sagen, kannst du machen, kannst du nicht. Bin dabei. Bin bereit. Erwarte Befehle. Wird gemacht. Was geht's? Kein Problem. Erwarte Befehle. Aber nein, nein, Blödsinn. Es gibt keine anderen Let's Player. Es gibt nur mich. Ganz klar. Es gibt keine anderen Sechsen- und Let's Player als die hier. Ich verstehe schon. Nee, es gibt gar keine anderen. Ach, gar keine anderen. Ich bin der Einzige, weiße. Ja. Alles klar. Erwarte Befehle. Bin bereit. So, die nehmen sich die ja von alleine dann. Dann wäre das auch geklärt. Der angelt sich dort was. Bin bereit. Bin dabei. Okay. Der Rüstwagen kann schon wegfahren. Was gibt's? Der angelt sich den noch. Der kann auch wegfahren. Was haben wir noch für Aufgaben? Ah, Fahrzeug, Frags. Ja, okay. Behandeln. Jo. Was geht's? Wird erledigt. Bin bereit. Was haben die eigentlich so für Verletzungen? Platzwunden an Kopf, Körper und Kopf. Ah ja, okay. Was geht's? Können wir über den reden. Was hat der hier? Ja, Tobi Sprachbarriere. Sprachbarriere. Sagt der Richtige? Sprachbarriere ist auch den schwieriges Wort. Kann ich schon mal verhaspeln. Aber selbst nicht rummeckern. Weißt du, Tobi, Deutsch ist eine sehr schwere Sprache. Oh ja. Da vertauschst du zwei Buchstaben und der gesamte Satz ist uriniert. Jawohl, verstanden zu Befehl. Also ich hab's verstanden, ja klar. Was gibt's? Bin dabei. Erwarte Befehle. Verstanden. Du kannst mir fragen, weil du dich gedacht hast. So, ich hab gelacht in mich hinein. Ah, ich verstehe. Du kannst in einem Rettungswagen auch zwei Notärzte transportieren oder zwei Sanitäterteams. Echt? Aber nur ein Opfer, das ist wichtig. Ja. Ah, okay. Der Rettungswagen auch zwei Notärzteams kann sein, aber dann kommt mit leeren RTW aufrufen. Der nimmt dann beide mit. Ja. Das ist mal gut zu wissen. Komm. Ja, weil. Wird erledigt. Komm, sehr. Gut, dann geht's auch gleich schon weiter. Mit dem Verkehr und mit der Folge. Müssen wir den Verkehr eigentlich noch zurück umschalten? Nö, nö. Na gut, muss er auch eh noch aufgeräumt werden, ne? Also daher. Nee, die Marmelade muss er weggewischt werden und sowas. Ist in Arbeit. Fußspuren. Jawohl. Erwarte Befehle. Ist in Arbeit. Erwarte Befehle. Okay. Komm, so schneller machen. Warum alles so schnell ist, aber klar, du hast es dreifach gestellt. Ja. Ja, ich hab extra Hotkeys gelegt. Boah. Hervorragend. Sie haben beim Einsatz einen Kühlschrank verraten und die Situation unter Kontrolle verraten. Und immerhin. Wahrscheinlich, weil ich den Typ nicht schnell genug gesehen hab. So. Lawinenglück. Mach mal einfach mal. Das ist ein 5. Das sieht ja schon mal ein bisschen moderner aus, irgendwie, oder? Ja. Lawinenglück gab's in den Menschen sind 5 auch in der Kampagne. Oh ja. Hm. Das war aber anders als das Problem. Das ist in Arbeit. Was proben wir denn hier so alles? Verstanden. Okay. Dann nehme ich mal an, dass wir... Ähm. Kein Problem. Ah. Hier blitzt was. Und da blitzt was. Okay. So. Mehr Rüstwagen haben wir nie. So. Aber wir brauchen auf jeden Fall das Bergefahrzeug. Nur als kurzer Hinweis für die Zuschauer. Wenn ihr selber das spielen wollt, denkt bitte dran, den Ingenieur nicht an den Starkstimmkerteil vorbeifahren zu lassen. Ich hätte schon sehr schlechte Erfahrungen damit. Neu ist es nicht, als das Spieler, die nicht umsonst zwei Ingenieure regierten. Ich glaube, wir müssen erstmal was frei heben, damit wir den... Ja. Ähm, brauchen wir einen Rettungswagen. Bin bereit. Bruder, reparier mal. Alles klar. So. Ja. Ja. Höre. Bin dabei. Höre. Verstanden. Der rüstet sich schon mal aus. Was geht in Arbeit? Die Leute können aussteigen. Erwartet Befehle. Zu Befehlen, ja. Denkantum bei einer Wiener kann auch Schieffahrer betroffen sein. Oh ja. Die müssen eventuell suchen, oder? Kann das sein? Du hast 200. Ich werde erledigt. Guck mal, da stecken ab und zu mal ein paar Schirmschnee. Ja, ich könnte mich immer nicht. Oh. Bin bereit. Alles klar. Aber vielleicht. Zu Befehlen. So, eins. Ja, es wird gemacht. Ich habe es immer noch blitzen, glaube ich. Aber es ist jetzt mal gemacht. Jo, das ist geschafft. Bin bereit. Keine Verletzten. Verstanden. Ah, gut, dann brauchen wir den ja. Wozu bräuchten wir den eigentlich? Scheiß nicht zu wegbefehlen, ne? Kein Problem. Na, geht in den Fall. Oh, das sind ja richtig viele Leute drin, sogar. Oh, geil. In Ordnung. Da zwei Mal aussteigen. Äh, hier müssen wir jemanden. Wird erledigt. Ja, alles klar. Bin bereit. Oh, ist hier noch jemand? In Ordnung. Bin bereit. Sofort. Was geht denn dabei? Ähm, jo, der eine ist schon auf dem Weg. Zu Befehlen. Bin bereit. In Ordnung. Können wir weitersuchen. So, die bringen den schon mal nach Hause. Erwarte Befehle. Der kann hier gleich mal hingehen. Sofort. Der Rettungstransportwagen bringt das Opfer zur Krankenstation in der Basis. Bin bereit. Kein Problem. Und ich würde sagen, wir holen uns gleich noch mal die beiden Leute hier für die Notärzte. Weil davon kann man ja, kann ich nie genug haben. Ja, sofort. Ich glaube, mehr Feuerwehrleute brauchen wir nicht. Bin bereit. In Ordnung. Oder? Was geht's? Was gibt's? Ja, sofort. Ich kann dich nicht beantworten. Bin bereit. Hm. Ich möchte mich nicht alles spoilern. Warte mal, vermisst Personen mit Heteron zu finden, also noch zwei Leute finden. Wir müssen jetzt in Arbeit. Was gibt's? Der eine holt irgendwie seinen Hund immer zurück, aber der andere nicht. Höre. Okay, der holt den schon. Höre. Dann schicken wir den auch noch mal zum Skifahren. Zu Befehl. Und wo ist ja der zweite Notarzt? Was gibt's? In Ordnung. Wo ist denn ja der zweite Notarzt? Hä? Okay, Leute, verstehe ich nicht. Ach, der hat sich wahrscheinlich automatisch einen Opfer gesucht, ne? Äh, wer so mit Drehleiter verfreien. Ah, hier ist noch einer. Ist denn Arbeit? Was gibt's? Die Stelle ist für uns nicht erreicht. Alles klar. Wir sollten eine Angelegenheit, um uns zu platzieren. Hat da noch jemanden gefunden? Boah, der hat sein Hundi gelassen. Hier ist ein Hundi. Der gräbt da noch. Erwartet, was wird denn der sein? Höre. In Ordnung. Kann der schon mal nach da oben gehen? Höre. Der kann den Uff sammeln. Die sammelt den schon automatischen Uff. Dann geht der hier mal runter. In Ordnung. Erwartet, Befehle. Und ich klopse nicht. Der hier lag schon. Der war mal beim Weg hier. Das geht ja echt. Das klopse nicht. Hab ich keine Abschleppautos? Hm. Höre. Ich hab keine Abschleppautos. Höre. Bin dabei. Was geht's? Aber rumstehende Notärzte. Why not? Zu Befehl. So, ich glaub, ich hab alle gefunden, oder? Person, ja. Okay. Doch, hast du. Sechs von sechs. Okay. Bin bereit. Okay. Der Rettungstransportwagen bringt das Opfer zur Krankenstation an der Basis. Was gibt's? Sofort. Die Stelle ist für uns nicht erreichbar. Wir sollten einen anderen Bereich auswählen, um uns zu platzieren. Okay. Zu Befehl. So. Wird gemacht. Nee, der findet nix mehr, ne? Naja. Nope. Wird gemacht. Höre. So. Höre. Höre. Okay. Muss nicht das Kranfahrzeug hin? Ja. Wird erledigt. Höre. Alles klar. Du fährst mal bitte aus dem Weg. Was geht's? Zu Befehl. Stecken hier nicht nur Schia drin? Verstanden. Vielleicht ist er auch schon abtransportiert worden, die Person. Ach so, ja gut. Höre. Ich glaube, jetzt habe ich was kaputt gemacht. Ja. Zu Befehl. Erwarte Befehl. Erwarte Befehl. Wird gemacht. Höre. Alles klar. Bin bereit. Zwei Leute passen da noch rein. Was gibt's? Hier hinten ist auch noch ein Verletzer, ne? Der hat sich den schon geschnabuliert. Leute, ich habe das Hundefahrzeug kaputt gemacht. Jawohl. Höre. Sofort. Oh, der hat schon niedrige HP. Höre. Ähm. Erwarte Befehle. Äh, ja? Ne. Ja? Ne. Okay, ich habe es kaputt gemacht. Sorry. Zum Glück brauchst du den Einsatz nicht mehr. Ich hätte noch einen zweiten. Ja? Das will so. Äh, hier schicke ich mal einen Rettungswandel hin. So. Ah, der ist voll. Das heißt, ich brauche, äh, noch einen Rettungswagen. Bitte unbesetzt. Kein Problem. Was gibt's denn? Das sind beide jetzt drinne. Personen habe ich alle. Rettungsschere, Bergefahrzeug. Sofort. Okay, nur noch notärztliche Dinge. Was gibt's? Ach, meine, das ist aber ärgerlich. Warum funktioniert das denn nicht? Erwarte Befehle. Äh, ihr bitte. Einsteigen. Was gibt's? Wird gemacht. Hier einsteigen. Uff. Hier liegen oben ja noch welche. Na toll. Was ist auf sein? Dann hole ich nochmal den hier. An die Warte. Dann hole ich den nochmal hier hoch. Bin bereit. Der kann den nicht nehmen, weil... Ist schon ein Problem. Ja, mit Leuten. Was geht's? Was geht's? Alles klar. Der Rettungstransportwagen bringt das Opfer zur Krankenstation in der Basis. Was geht's? Hm. Alles klar. Was gibt's? Kein Problem. Alles klar. Höre. Bin dabei. So. Bin bereit. Ihr Leute, nehmt den. Ihr Leute, nehmt den. Erwarte Befehle. Ja. Sofort. Aber ich mein, in der Kampagne muss man halt mit dem, ähm... Ja, wird erledigt. Mit dem Bergungshelikopter die Leute dann da rausholen, ne? Was geht's? Bin dabei. All das ist ja dann doch nochmal was anderes. Bin bereit. Zu Befehl. Bei diesen ist er sonst da vorne. Okay. Hier ist noch jemand. Den hat jemand mitgenommen. Dann würde ich mir einfach noch einen Moment lernen. E-L-T-W hier. Sollte doch aufgehen mit der Person, oder? Jo. Ja, wird erledigt. Bin bereit. Ach, das ist nicht aber ärgerlich, dass ich die kaputt gemacht habe. Das macht man halt kaputt, Pobi. Ja, der wundersprünnen, aber der Typ nicht. Da hat es irgendwas schief gelaufen. Mh. Wird erledigt. Wird einsteigen. Kein Problem. Zugklappen. Nachhause fahren. Und du? Nachhause fahren. Und ja, das ist halt der Hund dort, ne? Hervorragend. Sie haben beim Einsatz seinen kühlen Kopf bewahrt. Kühler Kopf klingt immer gut. Oh. Zübermedaillen? Oh no. Bin ich zufrieden mit. Also ich weiß nicht. Manche spielen das dann halt irgendwie auf... Fordern. Fordern und authentisch. Also, ich würde sagen, bei den Einsätzen, bis Lawin und Glück ist es machbar. Ab Supertanker kommen dann die schweren Einsätze. Jo. Na gut, ich würde sagen, wir machen. Wir probieren den Supertanker dann nochmal in der nächsten Folge. Und ja. Bis dann. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020